Herzlich Willkommen zu unserer Emoji Challenge Nummer 1 Oh mein Gott! Okay, drehen. Ist okay? Ja du! Achso! Oh oh! Der wahre Affe steckt in dir. Ich bin ja Affe höchstpersönlich. Wie kannst du denn irgendeine Kleine machen? Was? Oh, hatten wir den schon? Was? Was ist der? Was ist deinlebens? Was? Was ist der, was er? Was ist der? Wir müssen das ja genauso zeigen, der zeigt das so. Was ist das? Wenn du hier reingucken tust, dann siehst du es auch. Und zum Schluss machen wir was zusammen. Wir müssen hier das Herz mitmachen. Ja, du musst diesen Arschern hier hochmachen. Ist das ein Herz? Das ist ein Herz. Voll zurückgewiesen, Alter. Kein Job. Okay, das war unsere Muti-Challenge für zwei Minuten. Das waren zehn Stück. Und, ja, checkt auf jeden Fall unser letztes Video ab. Ja, das sollte du tun. Das war... Das war... Das war... Das waren... Chefs, glaube ich. Ja. Ein paar Arten von Chefs. Oh, voll fair!